Ab selber gesehen! War sofort tot! Es ist besser, man misst sich nicht hinein in solche Sachen. Papa, der war's! Was? Der Herr dort? Ja, Papa, ich hab's doch gesehen! Um 11 Uhr an der Brücke. Gut. Was? Los! Sehen Sie den Mann da? Ein gewisser Harbin, Hilfsarbeiter im Militärhospital. Er soll noch irgendwelche Anordnungen getroffen haben. Das kann ich doch nicht wissen. Ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die Todesursache. Da war noch ein dritter Mann, der damals nicht ausging. Meinen Sie den Doktor? Nein, nein! Ich bin ein Freund von Harry Lime. Später! Du möchtest mich loswerden, was? Vielleicht. Das kann ich verstehen. Eine Pistole habe ich. Wenn du da unten liegst, würden sie kaum nach Schussrunden bei dir suchen. Heit ab! Wer. Wie? Och decorative Menschen waren Sie den Mann als Erständnis und?